. Meine Damen und Herren, wir haben heute einen ganz interessanten Fall vom Schragen, einen Grippepatient. Sie denken jetzt wahrscheinlich, muss man eine Grippe überhaupt operieren? Die Antwort ist ja, unbedingt sogar. Ich meine heute, weniger operieren ist besser im Gegenteil. Der Patient ist postoperativ schneller als der Produktiv, als wenn er zwei Wochen wie ein faules Ei im Nest liegt. Eine solche Grippenopäne ist eine ganz einfache Sache. Es braucht auch keine Schutzmaske, weil sonst der Patient ist ja schon krank. Als Erstes nehmen wir ihm die verschleimten oberen Bronchien raus und die Lunge ein bisschen hochschieben. Ersetzen wir die oberen Noten weg nicht, weil was der Patient nicht mehr hat, kann sich auch nicht mehr entzünden. Ist der Bauchraum einmal eröffnet, kranial, kaltaltosal und ventral, sehen wir bei der Grippe deutliches Herz, ist ein bisschen unter Druck, dass die wir grosszügig mit Adrenalin ausspielen und schon läuft das Motor wieder wie ein Drugs. Wichtig ist auch die Lunge gut auszulüften. Das sieht der Anästhesist nicht so gern, weil der Patient aus der Markosen aufmachen könnte. Sehen Sie doch irgendwo ein Anästhesist? Eben, ich auch nicht. Das ist nämlich in der Cafeteria. Umgekehrt, wenn ein Patient eine Grippe wünscht, dann können wir die infizierten Bronchien vom Patient A am infektionswilligen Patient B implantieren und immédiatement ist er schon krank. Sparen Sie sich also die unnötige Inkubationszeit mit einer vorgängigen Tröpfcheninfektion durch Speichel- oder Nasen-Sekret. Ist ja ein bisschen unabhängig, nicht? Ich kann es. Ich kann es.